So, willkommen zurück zu Gravity Rouge. Ja, erstmal ein Schluck Kaffee. Letztes Mal knapp, knapp. Ja, okay, so knapp war es nicht. Gescheitert, aber einfach nur was doof war, weil das Kackviech nicht gestorben ist. Ah! Wie ich pickel von, ne? Ah! Aber egal, jetzt wird's. Ich hab ein gutes Gefühl. Bin ich wahrscheinlich der Einzige, aber ist ja egal. Nein! Direkt den falschen Knopf gedrückt, ich Idiot. Ah! So, fresse, fresse, fresse. Komm, fall hin. Scheißegal. Komm nur schnell wieder auf dein Leben, klar. Dann bin ich einverstanden. Nein! Ah, Alter, ich hab schon wieder die falschen Knopf gedrückt, Alter. Ich werd so... Boah, ist das so schlecht, ne? Ich bin so lünchen. Ohne Scheiß, einfach wegen meiner eigenen gottverdammten Doofheit. So, komm klar. Wurfmaschine, siehst du mal, ne? Immerhin eine Trophäe. Nein. Hin da. Das fette Scheißviech, wo ist es? Fände ich denn? Ich hab's getroffen, glaub ich, oder? Aber es lebt noch. Deine Scheißmutter. Ohne Witz. Die hat dich nicht geliebt. So. Wieso, kack, das, kack, das geht nicht kaputt, ne? Das stirbt einfach nicht. Was soll das denn? Ja, ist egal, komm. Jetzt müssen wir noch warten, bis es aufgeladen ist. Lad auf, kack, Energie. Ich hab dich aufgelevelt. So. So, Himmel, Arsch und Zwirren. Meine Fresse, ey. 570 Punkte, das ist so erbärmig, ne? Alter. Ja. Nimm doch einfach diese Kackdinger da mit. Ich, 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 ich krieg, ich krieg zu viel, Mann. Ich kann mich kaum noch sprechen, wie ihr mitbekommen, ne? Weil ich einfach zu viel bekomme, weil diese Scheiße hier nicht funktioniert, Mann. Was ist denn das Kackstasenfels des Todes? Echt. Kann man Neustart machen? Kann man mal einen schnellen Neustart machen? Weil es ist scheiße hier. Ich hasse das, wenn ich auf Zeit dran bin und das funktioniert einfach nicht, ne? Also es funktioniert wirklich einfach nicht, obwohl ich alles gebe. Das ist traurig. Das tut weh vor allem. Ganz tief hier drin. Ihr seht nicht, wo ich hinzeige, aber ist mir egal. Alter. Es muss mir ausweichen. Ja, komm. Das hätte mir jetzt noch gefehlt, wenn ich mir jetzt hier noch Ratschläge gebe. Ich hab ja andere Probleme. So, zack, zack. Schlechter als der letzte Versuch jetzt. Ich hab schon den Feltenknopf gedrückt. Das ist auf jeden Fall mein Problem. Ja, gut. Das war's. Der geht down, der geht down. Also ich geh down. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wenn ich das sag, verstanden, jetzt, ich bin in der Mission drin, ich würde gerne bitte nochmal, ja, natürlich, sonst würde ich nicht da hingehen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, bietet Potenzial, äh, so eine gewisse Form von Puls, äh, an mir hervorzurufen. Alter, Vater, ey, ich kriege echt Pimpernellen hier. Schrecklich. Fick dich, Alter. Hui! Alter, ich hab, ich hab auch ein Talent, ne? Dass ich irgendwie genau das Timing immer dann raus hab, wenn der gerade am Hüpfen ist, der Spacken. So. Genau so muss es sein. Genau so. So. Alter, ich hab vielleicht doch einfach, ihr habt gesehen, ich hab einfach nur noch Kreis gespanned, ne? Und wir hoffen, dass dann irgendwas irgendwann mal trifft. So. Nice. Dankeschön. Kannst du sagen, warum ist das dann schon wieder ein Gegner? Aber es war meine Katze nur, glücklicherweise. Nein! Warum? Warum ist das Ding denn kaputt gegangen? Ist doch scheiße. Weil es dann diesen Kack-Pfosten da irgendwie festhing. So. Müssen wir hier die Luft spacken, erledigen. Okay, ich hab einen. Wo ist der denn hin? Huh? Hab ich ihn getötet? Ha! Entschuldigung, war keine Absicht. Da ist er doch noch! Ich hab gar nicht getötet. Ach, leg mich am Arsch. Ich lass den am Leben. Weil der kostet zu viel Zeit. Alter! Ja, Zeit verlängern, genau. Das wollte ich sehen. Perfekt. Alter! Bitte komm einfach auf dein Leben klar, okay? So. Zack. 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 Ja, ich hab's geschafft. Ich hab 1500. Alter Vater. Was für eine scheißschwere Geburt. Brrrr! Mega. Geht euch noch weiter. So. Zack. Das interessiert mich nicht. Ja, den hab ich noch erwischt. Achso, ich hab längere Zeit bekommen. Nice. Brrrr! Okay. Also, ein schönes Training, ne? Also, damit man zumindest dann auch mal lernt, dass Ding eins... Jetzt haben wir hier zwei. Macht Sinn. Wenn ich ihn eigentlich getötet hab. Ah! Alter Vater. So, okay. Anstrengend. Anstrengend. Wirklich. Aber die Belohnung ist auch immer extrem gut. Ranglisten guck ich mir garantiert nicht an. Nein. Ich bin wirklich bescheuert. So. Nein, du bist nicht kaputt. Du bist kaputt, wenn ich das sag. Das Thema hatten wir schon, Mädchen. So. Uah. Hup. Uah. So. Guck mal, wir werden jetzt ein bisschen weiter die Welt erkunden, oder? Ne, komm. Wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir leveln erstmal wieder ein bisschen auf. 500 Punkte haben wir immerhin. Äh, ich weiß aber noch nicht genau, was ich haben möchte, um ehrlich zu sein. Mh, 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 mh. Stars 400 kostet das, ey. Alter Vater. Also Gravitationsverbrauch ist immer eine gute Sache. Okay, wir können jetzt erstmal nur bis Level 4 machen. Erholungszeit, pfff, weiß ich nicht. Schiffgeschwindigkeit. Na, aber da gehe ich jetzt mal auf Kampf. Ich weiß noch nicht so genau. Hm, mh, mh. Gleitkrieg wird schon auch nochmal irgendwas sein. Vielleicht nur mit Konterangriffen kann auch noch irgendeine Aufgabe sein. Na, komm. So, der Geiz. So ein bisschen gleichmäßig immerhin, ne? So. Okay, aber wir haben ja schon mal einiges schon mal aufgelevelt. Nice. Und wir finden ja immer noch so ein paar Sachen. Dankeschön. Ui, was haben wir denn da? Insanft landen. Das lässt sich echt gut spielen, ey. Aber ich will noch eine Sache gleich mal testen. Und zwar... Kommen wir da oben drauf? Eine große Preisfrage. Alter Vater. Krass. Offensichtlich ja. Wow. Wie geil ist das denn? Es gibt hier zwar gar nichts zu holen, was ich äußerst bedauerlich finde. Was passiert, wenn wir in das Loch reinfliegen? Hm. Ich meine, der Forschungsdrang ist ja da, ne? Hm. Hm. Wir wollen es einfach mal... Ja, komm, wir machen es. Wir machen es. Wir kommen ja nicht dran. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht wieder hin. Was ist gerade passiert? Habe ich mich zu weit von der Stadt entfernt? Miau. Ja, komm. Schade. Oh, wir können es hier von... Auch noch ein bisschen tragen lassen hier, ne? Was? Sie ist einfach so richtig... Richtig dumm. Einfach drübergerollt. Wie so ein Ballroß. Ah, sie kann auch klettern. Das ist gut. Ich hätte ja schon fast befürchtet, weil sie das Spiel gedacht hat... Ach, hör mal, ne? Die kann überall langfliegen. Was soll sie klettern können? Aber genau für solche Sachen. Wenn man nämlich gerade mal keine Lust hat, irgendwie mal so ein bisschen rumzuschweben. Das ist nämlich Gold wert. So, wir haben auf jeden Fall noch mehr Sachen zu reparieren. Ah, komm mal da zum Beispiel. Haha, haha, Bomms. So. Zugbrücke in Old Noir reparieren. Ja, sehr. Ja, ich weiß, ich mache jetzt noch nicht viel Story, sondern ich mache jetzt eher was, um mein weiteres Vorkommen zu vereinfachen. Wobei es eigentlich auch kontraproduktiv ist, weil ich kann mich natürlich auch erstmal aufleveln, damit die Goldmedaille einfacher werden. Aber ich gehe immer den schwierigeren Weg. Der ist halt so meine Art, ne? Ah, ich hoffe, dass mir Lautstärke ist in Ordnung, wie ich es eingestellt habe, ey. Kein Plan. So, was haben wir denn jetzt? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh. Herausforderungsmission freigeschaltet. Freies Rennen. Herausforderung annehmen. Ja, klar, machen wir mal. 46 Sekunden. Passiere alle Checkpoints und absolviere das Rennen. Nutze alle Gravitationsrexen, die zur Verfügung stehen, um zu gewinnen. Okay. 46 Sekunden ist wenig, ne? Achso, man muss auch tatsächlich den Boden dann immer berühren. in Ordnung. Hier wäre wahrscheinlich noch die Schiffgeschwindigkeit gar nicht mal so verkehrt gewesen, wenn ich die gelevelt hätte, ne? Ich weiß nicht, ob es so wirklich schneller ist, ne? Scheiße! Ah, verflucht, ja. Jetzt habe ich Harch verkackt. Egal, ein paar Punkte wird es trotzdem geben. Höh. Achso, da geht es lang. Mein Fehler. War es noch Silber? Ich weiß es nicht. Ne. Aber sowas von gar nicht. Alter Vater. Hei, 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 hei. Okay. Alles klar. Äh, ja. Machen wir nochmal neu. Da könnte es durchaus hilfreich sein, wenn man die Sachen auswendig kennt, ne? Das ist okay. Alles klar. Wenn ich nochmal Bronx hole, kriege ich dann nochmal 100 Dinger. Woaah. Also ich finde das Prinzip echt geil. Aber ich muss das echt noch üben. Naja, immerhin haben wir noch Silber geholt. Okay, das heißt 300 haben wir schon mal. Ja, ich glaube ich werde mich jetzt erstmal nochmal ein bisschen aufleveln. Es ist aber schon geil, ne? Aber ich glaube das ist doch so ein bisschen vom Spiel geplant. Dass ich mich immer da hin levele, wo ich dann quasi mit Gold sammeln könnte. Ja, ist okay, Mädel. Ist okay, ich verstehe dich ja. Dass du kaputt bist. Aber nein, ich akzeptiere es aber trotzdem nicht. So, Schiffgeschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich das, ne? Ich tippe ich mal. Oh, nice. Kann man es aber auf Level 4 noch upgraden. Äh, Kampfkünste brauchen wir nicht. Ne, das hilft in keinster Weise. Gravitationsgleiten. Weil flüssig Geschwindigkeit beim Gravitationsgleiten. Hä? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das ist, aber... Ich glaube, ich mache trotzdem lieber hier die Schiffgeschwindigkeit auf Maximum. Recht günstig eigentlich, ne? So. Machen wir es nochmal. Auch wenn die 15 Minuten schon voll sind, ist mir scheißegal. Start! Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Und zwar richtig hart. Ich will es einfach durchknallen. Äh, wieso habe ich sie... Moment, ich bin da voll, voll umfänglich durchgeknallt, ne? Also, das, das, äh, lasse ich nicht zu. Scheiße. Ja, okay. Sowas darf da natürlich nicht passieren. Ja, gut. Ich meine, der Versuch war eh hinfällig. Da schon wieder! Okay, man muss da irgendwie... Man muss da schon... Okay. Man muss da schon ziemlich, ziemlich hart am Boden entlangsliden. Kann man sich einfach töten. Aber das finde ich ein bisschen blöd, dass wir hier keine Möglichkeit haben, einfach einen Neustart zu sagen oder das irgendwie abzubrechen oder so. Das ist ein bisschen scheiße. Oder? Ah, Mission abbrechen. Dreieck. Ja, bitte. Okay. Oh, dass man immer erst mal das Gebraffelt von der Olle nicht erst mal anhören muss. Ja, ich möchte doch einfach... Nein, ich weiß doch, was ich tun soll. Aber du weißt doch genauso gut, dass ich das auch nicht machen werde. Bla, 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 bla. So. Leute, die im Weg sind, die sind mir persönlich egal. Komm, das schaffst du. Ja. Kann man nachjustieren leider. Ja. 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 War jetzt auch nicht viel besser, ne? Vier Sekunden. Vier Sekunden. Alter, Vater. Ah, okay. Doch, war doch nicht unwesentlich besser, ne? Okay. Wir müssen noch besser werden. Wir mussten noch besser werden. Also das Ende finde ich auch ein bisschen schwierig. Und wenn er halt die drei kurzen Sachen hat. Ach, fuck you, man. Ja, das war schon echt scheiße. To begin with. So. Ich könnte schon mal die Kamera so langsam drehen. Das spart alles wertvolle Sekündchen. Nein! Alter, scheiße, okay. Äh, nein, ich möchte kein... Höh! Ach so, man kann noch... What the fuck, okay. Man kann noch zoomen. Ja. Ich bin schon wieder bei 19 Minuten, Alter. Ich werde wahnsinnig. Das geht so schnell hier rum. Wir machen noch einen Versuch. Ist mir egal. Ja, du bist kaputt. Ich nöde mich hier nicht voll. Blablabla. Nein, in diesem Part machen wir noch einen Versuch. In der Hoffnung, dass ich das dann auch schaffe. Aber ich würde hier nach eigentlich gerne nur noch einen Part machen wollen, tatsächlich. Äh, weil da haben wir glaube ich auch schon wieder die fünf Stück voll. Mit meinen, ich muss auf Toilette kurz, ein Part. Aber inklusive den danach, den Part, der dann etwas länger wurde. Ui, 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 ui. So. Also bis dahin mache ich es glaube ich ganz gut. Diese scheiß Laterne hier ein wenig ist, ne? Und ich bin auch, ah, warte mal, ich könnte vielleicht, ja ist besser, also ohne Scheiß, wenn ich in die Ego-Perspektive gehe, weil mir mein eigenes Antlitz oftmals im Weg ist. Boah, la 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 la. Das ist mir echt keine Chance. Ja, ihr seht wie lange ich dafür schon brauche, ne? Um hier mal nachzujustieren. Äh, ja, ja, das wird hart. Egal, ich mache einen kurzen Cut, wir versuchen natürlich weiter, ne? Also bis gleich. Bis gleich.